So, da sind wir auch schon wieder bei Let's Play Super Mario Galaxy 2 und es hat sich ein Chabernackkomet aufgetan, oder ist zumindest aufgetaucht und zwar, warte, ha ha ha, hier ist der aufgetaucht, Moment, hier oben in der Wuchtwipfelgalaxie, dorthin fliegen. So, und dann müssen wir auch nochmal an die neuen Galaxien gehen, da sind ja noch ein paar, aber jetzt kommen hier dauernd diese Kometen-Dinger, Kometen-Alarm, die Lela-Münzen-Rutsch-Partie, das klingt ja total toll. So, ich hoffe ich muss nicht alle sammeln, ich glaube aber es müssten eigentlich mehr als 100 sein, oder? Ja, man kann nicht alle sammeln, gut. Aber die Rutsche war so scheiße. Naja, so, dann wollen wir mal. Ach, ich kann Luigi theoretisch antreten lassen, aber nee, komm. Oh, Lela-Münzen. Zumindest keine Zeitbegrenzung, was hast du mir hier? Ich hatte 140 Lila-Münzen, aber ich war ungestüm und jetzt sind sie über die ganze Rutschbahn verteilt. Könntest du mir die Lila-Münzen zurückholen? 100 davon würden mir schon ausreichen. Du wirst natürlich dafür belohnt, was das was, äh, wer das was? Eine Bekannte wartet unten und kümmert sich um den Rest. Okay, dann wollen wir mal. Wah, schon am Anfang vorbei. Ach, du Scheiße. Nein, ich muss die auch treffen. Mann. Ist echt schwer zu steuern. Hier, Hilfe. Wah. Alle zu treffen ist echt schwer. So, ich hoffe, ich treffe überhaupt genug, um die alle zusammen zu bekommen. Oh. Warum fällt er denn da nicht hin? Verdammt. Warum? Aber ich habe wahrscheinlich eh schon zu viele verpasst. Aber jetzt hier haben wir schon mal vier. Das ist ja schon mal was und dann rutschen wir einfach mal runter. Und verpassen nicht die ersten, boah. Also manchmal ist die Kameraperspektive ganz schön scheiße hier. Na nun. Jetzt rutscht er an allen vorbei, Mann. 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 Oh, ich muss mich hier konzentrieren. Deswegen bin ich ein bisschen stiller vielleicht. Äh, wah. Jetzt rutsche ich an den allen vorbei. Wie Scheiße. Ich darf nicht an allen vorbei rutschen. Nein. Ich muss sie doch kriegen. Nein. Nein. Ach, das war nicht genug. Verdammt. Das war in 81. Nicht schlecht. Nun gib mir noch... Nun gib dir noch einmal richtig Mühe und sammle auch die letzten ein. Nicht aufgeben. Natürlich tötest du mich. Wie hättest du noch anders sein können? Na? Vielleicht probiere ich mal Luigi. Hallo, Bruderherz. Wieder auf der Suche nach Powersternen. Ich kann dich ablösen. Ja, ich möchte als Luigi bin. Also entscheide dich. Wer von uns soll hier sein Glück versuchen? Luigi, komm. Mach es für mich. Okay, Luigi. Dann rutsche mal. Oh, ich glaube, der ist schneller, ne? Ob das so gut ist? Kann es sein, dass er schneller ist? Ich weiß es nicht. So, ich muss mich hier zumindest konzentrieren. So, und ich darf hier nicht so viele verpassen. Sonst schaffe ich das nicht, die alle 100 zu sammeln, die ich brauche. Sieht aber soweit schon mal ganz gut aus. Ah, na nun, jetzt sah es da nicht so gut aus. Warte, nein. Ah, die will ich haben. Die will ich alle haben. Uh, ich glaube, jetzt sieht es schon etwas besser aus. Unter Umständen. Wow. Aber es sind immer noch nicht genug. Es fehlen immer noch sieben. Oh, 93. So, knapp vorbei. Jetzt noch die fehlenden erwischen und du bist fertig. Leg dich noch ein wenig ins Zeug. Okay, ja, töte mich. Das tue ich auch immer. Wenn mir jemand nicht genug Geld bringt, dann töte ich ihn gleich. Ne? Unglaublich. Nein, mache ich natürlich nicht. Was denkt ihr denn von mir? Wette, wehe, das hat mir jetzt noch einer geglaubt. Nein, wo käme ich denn da hin? Aber trotzdem. Puh. What the fuck? Töten die mich einfach. Weil ich nicht genug Münzen hier denen bringe. Ist das nicht unfassbar? Nein, ah, ich rutsche mal an denen vorbei, Mann. Vielleicht probiere ich es mal hier mit. Uh, das war knapp. Ich glaube, die Abkürzung hat jetzt nicht sonderlich viel gebracht. Hier ist es auch sehr schwer zu steuern, hier auf dieser Rutsche. Muss ich einfach sagen. Uah. Ich glaube nicht, dass das hier noch was wird. Ne, eher nicht. Ja, 81 hatte ich schon mal beim ersten Mal, wo ich hier angekommen bin. Okay, ja, ich gebe mir nochmal richtig Mühe. Nicht aufgeben, bla 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 bla. Ja, ja, ich bin tot. Ist gut. So, du hast mich getötet. Das hast du toll gemacht. Na toll. La la la. Dann machen wir das Ganze halt nochmal. Kann ich eigentlich auch wieder zu Mario zurück wechseln? Ich weiß das gar nicht. Mist, an dem bin ich schon wieder an der Münze vorbeigerutscht. Ich glaube, hier am Anfang liegen so ziemlich sehr viele Münzen zumindest. Mist. Mann, ich verpasste hier dauernd, wenn du einmal raus bist, ne? Unglaublich. Na ja. So, ich muss mich hier konzentrieren. Deswegen bin ich schon wieder ein wenig ruhiger hier. Man merkt es vielleicht gar nicht. Ich weiß es nicht. Aber ich will hier gerne möglichst alle Münzen sammeln. Das hat irgendwie nicht so ganz geklappt. Das waren nur 89 nicht schlecht. Aber bla 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 bla. Okay, nicht aufgeben. Und ich werde schon wieder getötet. Das kann sich noch ein bisschen hinziehen. Ich hätte gerne ein Leben am Anfang, dass ich nicht immer... Ne? Na ja. Gibt es hier noch irgendwo Münzen? Hier vorne vielleicht? Nö. Ich wollte es nur mal überprüfen. Ich frage mich, was man machen muss, um alle zu bekommen. Wahrscheinlich nicht dauernd an denen vorbeigerutschen, so wie ich gerade. Mist, bin ich schon wieder an welchem vorbeigerutscht? Mann. Nein, ah, schon wieder welche verpasst. Okay, Konzentration hier. Nein, ah. Verpasst die immer wieder hier. Ist echt schwer, die zu treffen. Aber das wird auch nicht reichen hier. Immerhin 88 Münzen. Bau, es fehlen immer noch 12. Nicht schlecht. Ich war schon mal besser. Nicht aufgeben. Vielleicht sollte ich es doch mit Mario machen. Ich weiß es nicht. Aber eigentlich muss es auch mit Luigi gehen. Sonst würden die den hier nicht einbauen. Na, schauen wir mal. Lala, dann wollen wir mal, dann wollen wir mal. Komm. Das muss ja irgendwie klappen. Rutsch dauernd an den... Nein. Ah, du steuerst ein bisschen und schon rutschst du an allen vorbei. Kannst eigentlich schon wieder aufgeben hier. Das wird bestimmt wieder nichts. Mann. Scheiße, es ist vor allem... Du drückst nur so ein ganz kleines bisschen und schon rutscht das viel zu weit. Mal abgesehen davon, dass das total undurchsichtig ist, weil sich die Kamera dauernd dreht. Da zieht auch kein Mensch durch hier. Kein normaler zumindest. Da guck mal, jetzt drück ich nämlich gar nicht. Da rutscht das schon zur Seite. Verstehe ich nicht. Wie soll man denn da... Wie soll man das da schaffen? Weil es hätte eh nicht gereicht schon wieder. Ich habe auch die letzten nicht bekommen. Aber es ist schon wieder knapper. Okay. Vielleicht sollte ich es doch mit Mario machen. Weil ich glaube, der rutscht ein bisschen langsamer. Kann das sein? Na gut, ich probiere es mal, wenn ich... Aber ich kann jetzt eh nicht wechseln, ne? Ne. Ich probiere es mal, wenn ich Game Over habe oder so. Keine Ahnung. Vielleicht schaffe ich es ja sogar... Jetzt. Mal sehen. Guck mal, jetzt dreht sich zum Beispiel auch die Kamera. Oder die ganze Röhre. Ich weiß es nicht genau. Obwohl ich gar nicht zur Seite drücke. Das ist ja das Verwirrende. Wie soll man denn so richtig steuern und die Münzen kriegen? Mann. Hm. Wie soll man denn? Wird schon wieder nix, aber es war schon das beste Ergebnis bisher, 95, ärgerlich, jaja. Ich muss 100 erwischen. Warum lässt du mich nicht einfach nochmal rutschen und schießt mich wieder hoch oder so? Game over, toll. War zu erwarten. Aber ist ja eh nicht so tragisch, die Leben werden nicht gespeichert und bla, ja du hast ganz schön was mitgemacht, bla 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 bla. Ich will keine Auszeit, ich will das hier schaffen. Mein Gott, hier kriege ich nochmal Pilze, warte. Äh Pilze, also One-Up-Pilze. La 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 Mario, du hast einen Brief von Prinzessin Peach. Prinzessin Peach erhalten, bla bla zurück. Ich will das gar nicht alles lesen, kann man das nicht schneller? So. Ah, wenn ich A gedrückt halte, okay, dann geht das schneller. Higgs, der Dialog. So. Also wir möchten jetzt immer noch... Von hier aus kannst du... Hä? Hä, das hast du mir glaube ich schon mal gesagt, ich kenn das schon. Ich weiß, dass ich hier die Galaxien erkunden kann. So, jetzt möchte ich gerne hier hinfliegen und endlich das hier schaffen, das kann ja wohl nicht wahr sein. Mann, 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 Mann. Also gut, hier, komm, Kometen-Alarm, ja, ist ja gut. Hier, Liedermünzen-Rutschpartie. In der Wuchtwipfel-Galaxie. Diesmal mit Mario, vielleicht geht das ja doch besser. Hier muss ich mal gucken. Vielleicht war es mein Fehler, das mit Luigi zu machen. Wobei Mario ja auch nicht wirklich langsamer... ...rutscht. Ne, nicht wirklich, ne? Ne. Ich glaube eher nicht, dass er langsamer rutscht, naja. Ups. Ich konzentriere mich hier schon wieder, konzentriere mich hier ein bisschen. Deswegen bin ich hier wieder ruhiger. So. Ne, ich hoffe euch stört das nicht, wenn ich mal nichts sage. Das ist bei diesen, ähm... Sachen hier nicht ungewöhnlich. So. Da muss man sich leider auch konzentrieren und wie man sieht, klappt das sogar recht gut hier bisher. Na komm. Ach, das kann ja nicht wahr sein. Jetzt habe ich die letzten verpasst. Mann. Auweia, das ist ja sehr ärgerlich. Ja, töte mich. Wie schade. Komm schon. Jetzt haben noch zwei gefehlt, oder wie viel? Waren das? Ich habe... Bei den letzten habe ich wieder versagt. Toll. Okay, erstmal die vier hier oben mitnehmen. Na, alle vier. So. Nein, Arzt. Rutscht ich hier wieder dran vorbei. Mann. Nein, arg. Ich kann es schon wieder vergessen, glaube ich. Komm, egal. Trifft er mich halt. Ist jetzt auch wurscht. Solange ich das überlebe, ist alles okay. Mein Arzt. Ist ja unfassbar. Wie sich auch die Kamera einfach dauernd dreht. Und Mario entsprechend mit. Ach, jetzt bin ich daran gestorben. So viel zum Thema ist egal, wenn ich mich treffen lasse. Naja. Gut. Aber ich hätte eh nicht genug Münzen gehabt, wahrscheinlich. Weil ich am Anfang schon so gefailt habe hier. Und dran vorbeigerutscht bin. 19 haben wir jetzt. Das ist... Ein guter Durchschnitt, glaube ich. Also ein paar verpasst man, glaube ich, auch wirklich immer. Irgendwie habe ich so das Gefühl, dass das so ist. So, ich weiß auch gar nicht, wie ich darauf komme. Vermutlich, weil ich immer irgendwelche verpasse. Mann. Oh, jetzt habe ich die letzten schon wieder verpasst. Mann. Weil sich da immer die Kamera so scheiße dreht. Du denkst, du bleibst auf einer Spur. Stattdessen rutscht er aber anders lang. Wie schade. Toll. Oh, ich verpasse immer die letzten. Wie gesagt, das ist so scheiße. Ich habe echt das Gefühl... Oh, da ühe ich mich. Aber für mich sieht das so aus, als wenn sich die Kamera dreht. Und Mario sich entsprechend mitbewegt dann. Und du dann total durcheinander kommst. Dadurch. Guck mal, jetzt sind wir... Doch, klar bewegt sich die Kamera. Sieht man ja hier. Na nun, jetzt... Kriege ich auch noch Sternteile. Das bringt mir recht wenig im Moment. Aber die können natürlich auch immer für irgendwas anderes nützlich sein. Okay, Concentration hier. Ich glaube, das wird eh nichts mehr, weil... Hier, jetzt wirklich die letzten alle bekommen. Oh, weil ja 96 ist ärgerlich. Ja, ja. Abgemacht, abgemacht. 100 erwischen fehlt nicht mehr. So. Ich will mal A so schnell drücken. Ich muss das gedrückt lassen, dann geht der Check schneller. Schneller weg. Okay. Gut, aber ich habe es ja... Ich habe es ja eigentlich geschafft. Bestimmt. Nicht. Komm, es fehlt doch nicht mehr. Ich hatte doch schon 98. Muss ich doch irgendwann schaffen hier. Jetzt fängt es sich schon am Anfang wieder so schlecht an. Ach, wieder mit 19. Nein. Kriegt man die denn hier nicht richtig? Nee. Irgendwie nicht so. Ja, dann passiert das. Höfe, was... Grafikfehler. Schön. Also bis auf einen Grafikfehler bringt mir das hier nicht viel. Wenn ich da oben langrutsche. Wie man sieht. Ist eher schwer zurückzukommen. Also es ist auch so möglich auf jeden Fall. Wenn man nicht immer welche verpassen würde. Jetzt habe ich sogar noch wen. Bei 18 nur. Na toll. Also hier der Anfang ist auch noch verbesserungswürdig. Boah. Boah. An der komme ich auch jedes Mal nicht... An die komme ich auch jedes Mal nicht ran. Da wutscht jemand dran vorbei. An dieser einen Münze da. Ich weiß nicht warum, aber es ist einfach so. So, jetzt hier. Komm. Ich muss ja irgendwie klappen. Äh... Oh, jetzt bin ich daran gestorben. Das ist mir auch noch nicht passiert bisher, glaube ich. Okay, jetzt reicht es aber mal. Vor allem war es gerade so gut. Ich hätte es ja schaffen können theoretisch. Aber ich bin gestorben. Also die eine Münze da kriege ich echt nie. Mist. Okay, jetzt euch brauche ich alle. Okay. Boah, das kann doch nicht wahr sein. Ich glaube das einfach nicht. Das war doch jetzt so gut. Ich hätte es so schaffen können. Verdammt. Boah, wie fies. Wie fies das einfach ist. Mann, Mann, Mann. Das war so knapp. Sonst hat es doch immer geklappt da hinten. Jetzt bleibe ich hier unten vorne schon wieder gefehlt. Mann, Mann, Mann. Nur 16? Was? 16 von ich glaube 22 oder so. Ist natürlich nicht das beste Ergebnis. Muss man ja mal so sagen. Hier kriege ich echt nie diese eine Münze da. Ich glaube auch schon wieder, dass ich das hier fast vergessen kann. Sieht nämlich nicht so aus, als würde ich hier noch welche kriegen. Äh, also eine genug kriegen, um naja das zu Ende zu bringen. Was war das denn? Ich bin doch gesprungen. Alter, schon wieder ein Grafikfehler. Was zur Hölle. Ey, ich habe nur ein Leben. Schön. Das kann sich noch hinziehen hier. Also ich dachte so, ich dachte erst so schlimm wäre die Rutsche nicht. Aber siehst du ja, wie schlimm die ist. Schon wieder nur 19. Ich kriege auch nie alle irgendwie. Ich weiß nicht warum. Ah, bin ich schon wieder an einer vorbei. Mann. Ja, und der auch gerade. Mann, der rutscht auch immer. Jetzt habe ich die mal gekriegt. Das ist natürlich auch schön. Hilft mir jetzt aber nicht sonderlich weiter, glaube ich. Hier habe ich jetzt schon 50. Das ist, glaube ich, ganz okay. Aber jetzt auch nicht das beste Ergebnis der Welt. So, warte. Hier jetzt, da. Nein, nun jetzt da rüber. Ich hätte gerne die normale Rutsche wieder, wo ich einfach nur runterrutschen musste. Jetzt verpasse ich die hier die ganze Zeit. Das hat eh nicht geklappt. Ich wäre eh gestorben. So. Warum komme ich jetzt an diesen Dingern da nicht mehr vorbei? Verstehe ich nicht. Mache ich irgendwas anders? Sonst bin ich da am Ende immer gut vorbeigekommen. Jetzt gar nicht mehr irgendwie. Verstehe ich nicht. Mann, ich verpasse die hier jedes Mal. Kann ja wohl nicht wahr sein. 18 diesmal nur. Oh, das war nicht so toll. 49 jetzt auch nicht das beste Ergebnis. Das muss man einfach mal so sagen. Aber es ist immerhin ein Ergebnis. So. Okay, also für die Stelle da meine ich jetzt die 49 natürlich. Mann! Jetzt komme ich da nicht mehr rüber. Wieso bin ich da nicht rübergekommen? Mann, das ist doch scheiße. Game over. Du hast da ganz schön was mitgemacht. Oder nehme eine Aussatzsteuer. Mann, ja, ja. Ist ja gut. Noch ein Brief bitte. Nein, natürlich nicht. Ach, Mann. Also jetzt bitte nochmal dorthin fliegen. Das kann ja wohl nicht wahr sein. Ich kriege das einfach nicht hin. Nicht richtig zumindest. Kometen-Alarm. Ja, ja. Ich kenne das schon. Mein Gott. Lass mich bitte. Lalalala. Lalalala. Welches ist denn das hier eigentlich? Super Mario 64 ist das, glaube ich, sogar die Musik hier. Jetzt habe ich schon wieder drei verpasst. Ach Gott, das kann ich schon wieder lassen. Das wird eh nichts bestimmt. Jetzt habe ich nur 15 hier. Wie scheiße. Aber ich kann ja üben. Das ist ja schon mal was. Hat ja auch seine Vorteile. Mann. Immer verpasst man irgendwelche. Es ist einfach unfassbar. Die Steuerung ist so blöd. Der bewegt sich einfach so doll. Wenn du mal ganz bisschen drückst, ist er gleich einen halben Meter weiter. Wieso springt er nicht? Wieso springt er nicht? Ich habe gedrückt. Kann ja wohl nicht wahr sein. Der ist einfach nicht gesprungen. Ich bin noch sonst überall rübergekommen. Wieso komme ich auf einmal nicht mehr rüber über den Abgrund? Hallo, rutschen? Hier verpasse ich schon wieder viel zu viele. 17 habe ich jetzt? Okay. Das ist ja gar nichts. Oh. 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 Nein, jetzt bin ich doch gerade so gut gewesen. Ich darf die hier nicht verpassen. Wow. Ah, es fehlen schon wieder nur zwei. Mann. Das sind die, die ich am Anfang nicht gekriegt habe. Mann. Ah, es ist... Immer fehlt man irgendwo. Das ist so scheiße. Und weder hier am Anfang oder irgendwo am Ende. Und dann fehlen natürlich genau zwei. Wieder nur 19. Hm. Ich kriege die am Anfang alle, nicht alle. Das ist doof. Aber naja, was will man machen? So. Dafür sieht dieses Stück hier schon etwas besser aus. Oh, jetzt kommt er denn hier. Das kann doch nicht wahr sein. Mann. Oh, das darf doch gar nicht wahr sein. Jetzt fahre ich so viele Münzen. Ah, ist daran wieder gescheitert. Das kann doch wohl nicht, das darf doch nicht sein. Oh, ich habe alle am Anfang bekommen. 21 Münzen. Krass. Wie habe ich denn das geschafft? Ich weiß es nicht. Nein, die habe ich verpasst. Mist. 57 habe ich hier schon. Das ist auf jeden Fall ein sehr, sehr gutes Ergebnis bisher. Im Vergleich zu meinen anderen Versuchen. Wo das deutlich weniger war. Naja. So, dann. Ich möchte alle Münzen haben. Bitte lass mich die 100 Münzen vollkriegen. Muss ja irgendwie möglich sein. Oh, sogar 103. Yeah, ich habe es geschafft. So, nach wie vielen Minuten? Ich glaube nach 30 Minuten oder so. Naja. Ein Stern. Yeah. So, ich... Tut mir leid, ich muss leider die Folge beenden. Ich würde jetzt gerne noch mehr Galaxien machen, aber nee, das geht nicht. So, Sterne halten. Da müsst ihr leider bis zur nächsten Folge warten, weil ich hier gerade vorproduziere. Ich kann die Folge nicht so lange machen. Eigentlich. Also 30 Minuten ist schon recht lang und... Naja. Wuchtwürfel-Galaxie ist komplett und ich habe Sternteile erhalten. Und was... Ach, gucke mal. Ah, haha. Ein Schabernack-Komet ist aufgetaucht. Gut, machen wir den beim nächsten Mal. Jetzt, äh... Ja. Würde ich sagen, wir sehen uns halt beim nächsten Mal, ne? Und wenn es euch gefallen hat, vielleicht mal die anderen Videos gucken. Da fehle ich hoffentlich nicht so doll. Und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss.